Ich bin ausgewichen! Verdammtes Mist. Ja, genau. Was anderes verdienst du nicht. Darüber ist keiner, aber... Ah ja, genau, genau, genau. Da oben gab es doch einen Tempel, daran erinnere ich mich noch. Da wollte ich mit keinem hin, aber kam nicht rein. Da, genau. Da müssen wir jetzt hin. Da drin werden wir den Feuerding finden. Äh, den Luftrewerken. Und die Tür zu, damit die nicht reinkommen. Sehr gut. So macht man das. Das war gekonnt. Und speichern! Sofort speichern, wenn wir sowas sehen. Das ist... ...Pflicht. Ah, schöner Luftzug. Okay. Aha. Okay. Das müssen wir finden. Das ist kein Problem. Nein, nicht so, nicht so. Nein, nein! Wohl, wartet. E. Und umsehen. Aha. Okay. Ich seh schon. Komm schon. Bist du blöd. Bist du blöd? Ah, genau. Das gleiche jetzt noch hier. So ein Mist! Okay. Lassen wir hier die Luft first raus. Dann können wir den da rüber schieben. Das betätigen. Hehehehe. Und... ...rüber. So. Na, es geht doch! Und jetzt? Genau. Das hätte ich auch getan. Heulender Herzstein. Okay. Na, wer es braucht. Den legen wir jetzt hier rein. Und dann müsste es sich dürfen. Nein, wartet. Heulender Herzstein. Der muss heulen, glaube ich. Und da lassen wir die Luft auch wieder raus. Ah, hört ihr, wie er heult? Hört ihr das? Jetzt gehen wir da durch, durch das Portal, zum Luftriver. Das sieht so cool aus. Das sieht so cool aus. Diese Gemälde waren beschädigt. Erneut erkannte ich den Helden der Vampire. Doch diese Szene enthüllte etwas Neues. Denn auf dem Bild waren Teile seines Gegners zu sehen, der ein mächtiges Flammenschwert führte. Cool. Flammenschwert. Da geht's unter. Wir schauen uns zuerst ein bisschen hier um, in diesem Raum. Ah, hier gibt es nichts. So, okay. Dann gehen wir hier runter. Wartet. Ah, so, nee. Ey, ich habe mich verschaut. Okay. Geh mal weiter. Oh, Mann, das nervt. Ah, was Neues gelernt, das ist immer cool. Was haben wir denn gelernt? Seelenattacke. Bewegen und Hebeantriff. Mit dem entsprechenden Einfluss kann ich einen teuflisch schnellen und doch erschütternden Schlag ausführen, der mein Ziel verwundbarer für weitere Angriffe macht. Sehr gut. Nur werden wir den wahrscheinlich wie alle Attacken nicht meistern können. Denn wir sind blöd. Okay. Feuer! Soll ein Witz sein, oder? Von euch kleinen, winzigen Würstchen. Soll ich jetzt sterben, oder was? Den könnt ihr nicht mal richtig angreifen. Das ist erbärmlich. Einfach nur erbärmlich. Okay. Und wieder rankt mein Meister nach mir. Dieser Scheißer. Okay. Okay. Oh, nein. Ich ahne. Etwas schon wieder solche Kämpfe in der spektralen Welt. Ich mag sowas überhaupt nicht. Okay. Dann gehen wir in die spektrale Welt. Durch unseren Sieg haben wir alles verloren. Als wir ergriffen, was uns wichtig erschien, verloren wir das eigentlich Wichtige. Aber für dich gibt es eine Chance. Was für eine Chance? Das Glück des Todes. Das ist mein Angebot. Das ich nicht annehme. Aber ich mache dir das gleiche Angebot. Bin ich nicht nett? Okay. Okay, so nicht. So nicht. Was ist das da? Ach so. Da geht's in den anderen Raum. Okay. Okay, zurück, zurück. Und vor. Super, super, Rasiel. Zurück, zurück. Super. Genau so, der ist schwach. Das ist ein Noob. Zurück. Genau so, Rasiel. Genau so. Das ist ein Noob. Der besiegt uns nie. Okay. 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 Okay, und zurück, zurück. Nein, zurück. Oh, scheiß, die Wandern. Das tut ja kaum weh. Das ist gut, dass es kaum weh tut. Denn wenn es viel weh tun würde, dann würde ich verlieren. Ganz klar. Oh. Okay, er ist bald tot, er ist bald tot. Komm, jetzt. Ein finaler Schlag, super. Ich brauche Seelen. Da draußen sind Seelen, das ist super. War ja klar. Ich brauche Seelen, bevor ich hier weitergehen kann. Super. Eine noch, eine noch, eine noch. Komm schon, komm schon, komm schon. Ach, das reicht schon. Ist mir egal. Und weiter geht's. Weiter geht's. In die Kluft der Beschwerer. Nein. Äh. Oh. Ah, okay. Okay, okay. Ah, ist das toll. Wir laufen natürlich in die Sackgasse. War ja klar. Mann. Und da müsste es wieder runtergehen. Ich glaube. Aber was ist hier drin? Gehen wir jetzt was da rein. Vielleicht finden wir ein weiteres Gemälde. Nein, aber einen Speicherpunkt. Den ich nutzen werde. Und für heute beenden werde. Ich werde versuchen, es heute noch hochzuladen. Ein paar oder zwei oder alles. Keine Ahnung. Wir sehen uns. Okay, wir sehen uns im nächsten Teil. Bis dann.